Angst vor ihrer Angst, Angst vor unserem Mut. Das Band haben mit dem Westberliner Musikagenten Klaus Maygold gestern um 22.30 Uhr am Alexanderplatz abgenommen. Maygold hat nach vier Stunden Vernehmung zugegeben, dass die Aufnahme bei der Plattenfirma Volumina im Westen erscheinen sollte. Dann haben Maygold heute Morgen laufen lassen. Glückwunsch. Ich bin also Kupfer. Sehr im Instinkt. Na, da muss man mal die Jungen ranlassen. Die bringt den Dreck an die Oberfläche. Dass sie aus meiner ganz fraude Nummer ist, habe ich immer schon gewusst. Sie ist kritisch, aber Sozialistin. Ist der Taubkupfer? Die Mauer, die keine Luft durchlässt. Alte Männer, die Angst haben. Das ist keine Kritik. Das sind Diffamierungen, Verleumdung. Und die müssen dem Klassenverein in die Hände spielen. Schlager vor kurzen Prozess machen in der Schloss und Riegel mit dir besser heute als morgen. Sie haben freie Handkönnen aus dem Kupfer. Ich werde unverzüglich die Zuführung vorarbeiten. Ich denke, wenn wir die Hausmann kaltstellen, vertun wir eine große Chance. Sie sagen, wenn wir uns kooperieren? Das halte ich für absolut kontraproduktiv. Sie vergehen mit vielen hochinteressanten Intellektuellen. Pieroch, Zander, Einrauch. Du musst doch nicht so eine Laus in den Pelz setzen. Denk dran, Günther. Mit Ihrer Hilfe haben wir viele unsichere Faktoren im Blick. Und Fragen kostet nichts.